Hallo hier draußen und ein herzlich willkommen zur TV-Scharf-Stocker-Crash-Challenge. Dabei ist der Konstantin. Jo, schon wieder, hi. Der Crazy. Servus. Und der Bausinator. Oder? Diesmal ist die Map gebaut worden vom guten Konstantin. Ja, allerdings anmäßig ist es nicht so wie jetzt hier mit den Windrädern oder so. Nein, das ist ja jetzt eine Stalker-Crash-Challenge. Und diese Map geht bis zu 20 Personen, also haben wir versucht noch welche einzuladen, ging jetzt leider aber nicht. Ja, wollte keiner. Oh, wollte keiner, leider. Oh, ich bin bereit. Ansonsten ist es halt genauso, es ist halt wie auch gerade ein Namen, TV-Scharf-Stocker-Crash-Challenge. Ich denke mal, ihr wisst alle, von woher ich jetzt diesen Namen genommen habe. Eine Sache noch, die Map, also die Strecke ist recht schwierig. Ihr müsst, ja, aufpassen. Hä? Meine Lenkung hat gerade nicht funktioniert. Oh, okay. Und ihr kriegt während des Fahrens ein paar Gegenstände? Ein paar? What the fuck, Alter? Aber ich habe meine eigenen Waffen auch, ne? Scheiße. Wow. Alter, willst du mich verarschen? Du kannst hier für seinen Schubsen. Kein Ding. Oh, fuck. Und wer wird explodieren? Wow. Wer ist der glückliche Gewinner? Wow. Das Problem ist halt, bei diesen Dingen, man kann halt nicht... Und wie viele Runden hast du eingestellt? Äh, 20. Also, ich bin immer auf dem letzten Platz, Alter. Ich habe so eine scheiß Karre genommen. Ich habe den Ford-Verschnitt genommen. Ich habe Mercedes S-Klasse. Wenn du eine Mercedes S-Klasse hast, ist mir klar. Dass du gerade so eine Karre nimmst. Warum? Weil das ein typisches Auto für dich ist. Ja, weil wir zu Hause eine haben. Alter, willst du mich verarschen? Es steht eindeutig zu viel rum. Ach so, wegen dem... Ja, klar. Das verschleudert natürlich gleich die... Und, wer wird es diesmal sein? Annäherungsminen haben wir auch? Ja. Ich nicht. Ich habe keine Annäherungsminen. Holst du dir her? Ich kann mal aussammeln. Willst du mich verarschen? Wie gesagt, ich habe keine Annäherungsminen. Ich bin ernsthaft an Zielgeraden von Burn. Boah, Alter. Ich wurde von Pausinato überrundet. Na, wie nett. What the fuck? Fick dich. Haha. Wow. Boah, Alter. Wie viel habt ihr hier hingepflanzt? Ich höre es überall Piepzen. Ich glaube, Annäherungsminen sind ein bisschen übertrieben, oder? Ja, ich glaube, die müsst ihr, glaube ich, ein bisschen rausnehmen. Ne, ja, lass mal. Ich habe keine Annäherungsminen. Oh, fuck. Ich auch nicht gerade. Gibt es auch bloß an einer Stelle von der... Dem hier. Oh Gott, die piept schon wieder. Nein! Ich höre dieses Piepen sogar noch. Ja, das hört man schön. Okay, es ist recht wenig. Es hat recht wenig mit der Stalker Crash Challenge zu tun. Ist aber trotzdem lustig. Ja. Wer hat gerade die ganzen Stickys vor mir gezündet? Ja, ich kann ja nicht sehen, wo du bist. Ich bin jetzt auf. Ich habe es mal geschätzt. Warum fahrt ihr nicht? Fahr doch. Fuck! Ich hasse dich. Ja. Du hast es direkt nach dem Checkpoint gemacht. Yo! Oh, scharf. Deswegen bist du da auch so langsam gefahren, du Fick-Schnitzel, ey. Ich? Nee. Ja. Ich habe immer noch keine Annäherungsminen. Willst du mich verarschen? Du standst in wem? Äh, falsche Richtung? Ich habe einen Checkpoint verpasst irgendwo. Egal. Ich habe einen Blatt wegen dir. Ja. War einfach noch eine Runde. Ja. Ich will sowieso letzter sein, wenn ich momentan letzter bin. Alter. Ich versuche jetzt einfach mal Dritter zu werden. Das ist mein Ziel. Beutage, wie hast du es geschafft, dass man während des Autofahrens Sachen aufheben kann? Die kann man hinsetzen. Ja. Und außerdem ist es ja recht einfach eigentlich. Ich habe keine Annäherungsminen mehr. Ich hätte nämlich die gehabt. Wow! Und das war meine Notlösung. Gut, ich versuche jetzt zumindest Dritter zu werden. Halt so, ja? Halt auf GTAs sein, mehr oder weniger. Die sitzt, ne? Hm. Das ist aber wirklich witzig. Nicht erwischt? War ich zu früh? Ach Gott. Das Einzige, was ich noch scheiß finde, sind diese Kack-Container, die da so rechts und links stehen. Da muss man von langsam dran vorbei. Warum hast du ja noch hingesetzt? Weil ich cool bin. Ja, Spaß. Und die Stickys sehe ich jetzt momentan. Ich fack, ich weiß, dass mich abfuckt, dass man die Autofrags, die überall rumstehen, einfach statisch sind. Ja, die sind schon den Boden festgerostet. Nicht überrunden. Habe ich dir Tränengras gegen den Kopf geworfen? Du warst einfach zu langsam mit dem Zünden. Ich glaube, ich habe Tränengras dir gegen den Kopf geworfen. Aber jetzt hat es gar keine Stickys mehr, ne? Weil du bist freundlich. Ich bin nicht gespawnt, man. Das ist richtig unfair. Ey, nicht schießen. Er schießt. Ich fahr schon seit fünf Runden mit einem Platten. Warum schießt er? Er soll nicht schießen. Sag ihm das. Hat man nicht gesagt, nur Handgranaten? Doch, du kannst alles benutzen. Ja, sag das doch. Sag ja auch, GTA-Style. Warum sollte man nicht schießen dürfen? Weil wir es die letzten Runden gesagt hatten. Wow. Meine ich. Also, wo kam das jetzt her? Von hinten. Wow, Bowsie. Ja, hier standet da irgendwie im Weg. Habt ihr doch gerade dieses Beep, 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 Beep gehabt? Auszeichnung voller Haftung. Voller Haftung. Willst du mich verarschen? Ich hab's gewusst. Ich hab's gewusst. Als hätte er's gewusst. Boah, Alter, hier hinten liegt's ein bisschen scheiße. Weißt du, das liegt so richtig behindert in der Kurve. Also, irgendwann stimmt mit meinem PC nicht. Das macht Beep, 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 Beep. Wenn ich dann bestimmt, wenn ich da links, rechts irgendeine Maustasse drücke. Sind die Dinger aber auch gerade nur auf den Klick. Kann ich ehrlich sein. Willst du mich verarschen? Und ich treff dich nicht? Hä? Das ist um dich herum, weil du explodiert hast. Hast du Gobmode an, oder was? Hey, ich hab keinen Hack. Ich hab keine Hacks. Das glaub ich dir sogar. Dafür bist du zu doof. Nö, dafür bist du zu geizig. Oh, scheiße. Fuck! Achso, ich bin gerade auf dem Ende des Weltkriegs. Was machst du eigentlich? Keine Ahnung, ich komm nicht runter. Bist doch unten. Der ist nicht unten. Wer ist eigentlich Zweiter? Keine Ahnung, ich bin Dritter. Ich bin Zweiter. Dich gibt's auch noch? Ja. Gibt's auch noch. Oh nein! Er hat sich zwar selbst für die Luft gesprengt, Alter. Er ist voll ruhig geworden, ne? Also wenn du Zweiter bist und sich konzentriert bist, wird er ruhig. Okay. Alter, ich hab immer gewartet, dass du an dem Container vorbeifährst. Ich krieg dir die Stickys her. Ich selber weiß nicht mal, wo die liegen. Die liegen überall, Alter. Nein, nicht die Stickys, die ähm... Das war keine Annäherungsmina, das war ne Sticky. Jetzt wirst du das gemacht, ey. Ich hab gewartet, bis du... Man sieht ja auf der Karte, wo Leute Kurven fahren, hab ich gewartet, bis du die Kurve fährst. Schon wieder, Alter. Fick! Boah, ich hab dich mitgekillt. Ich hab auch noch schnell drücken können. Das ist der Runde da einfach auf der Map. Jetzt wird doch jeder da lang. Wie hast du's geschafft, mich doch noch in die Luft zu jahren? Ähm, ich meine, dass wahrscheinlich die Haftbombe, die an dir festgeklebt war, mit hochgegangen ist, als ich hochgegangen bin. Ich hab schon gesagt, ich hab keine mehr. Ja, das schafft wir nicht. Ja, das wusste ich auch nicht. Ich spawnen bin tot, das ist unfair. Wie weit bist du eigentlich hinter mir? Oh, gar nicht mal so weit. Ich bin gleich zu deinem anderen. Ist es gedriefen? Was? War das knapp? Ja, ganz schön. Alter, ernsthaft? Mhm. Nee, ehrlich, war das knapp? Ja, ich bin aber ausgewirchen zum Glück. Hast du ihn noch gesehen, oder was? Ja. Alter, really? Ach, der Kollege, das... Ich guck nachher. Oh, nein! Ach, Kopf! Ich spawnen grad wieder. Die zwei haben's irgendwie drauf, ne? Alter! Haha. Wie viel hast du mal hingesetzt, um mich wegzurammen? Drei. Drei hintereinander. Ich bin einfach random gedingstens. Wie viele hast du denn noch? Ich sammle immer wieder welche auf. Also momentan hatte ich eben grad zehn. Aber ich rede jetzt von Haftbomben, ne? Naja, dass das Annäherungsminen waren, ist mir klar, dass das keine waren. Ich hab noch keine Annäherungsminen gehabt bisher. Wir fahren die richtige Richtung, da steht halt knallhart falsche Richtung drin. Ich hab noch mal auf den Boden, ich hab da nämlich voll auf die Karte geguckt, wann gewartet bist, crazy die Kurve fährt, ey. Ich seh die. Ich seh die. Und ein Drangos. Ich seh die. Na und? Das Witz ist, man sieht die nur, wenn man weit genug weg ist. Oh fuck, du Ficksschnitzel, ey. Hab ich mit in die Luft gesprengt? Nein! Mit mir sind die Handhaftbomben ausgegangen, scheiße. Oh, ich hab schon... Ich hab schon wieder einen Platten. Ich hab noch nie einen Platten gehabt. Ja, das ist jetzt schon mein Zweiter. Ja, du fliegst ja auch immer in die Luft. Boah, Alter, war ich wie behindert, das ist hinten einen Platten zu haben. It's crazy, dominiert mich. Mit den Handgranaten kann man eigentlich nichts anfangen, mit den Haftbomben ist das Beste. Wenn man einen Hackantrieb hat, ist das sehr scheiße, ja? Hä? Bist du sch... Post. Weiter, die Last ist, ich konnte nicht lenken. Hättest du doch abhauen. Fuck. Alter, ich musste nachladen. Wie viel HP hast du noch? Nicht mehr viel, oder? Och, schade. Nicht mehr viel mehr. Halbe. Ah, scheiße. Willst du mich verarschen, Crazy? Du bist so... Also, das Ding könnt ihr natürlich auch spielen. Wie hast du das genannt, Konstantin? Irgendwas mit Derby. Einfach aufs Derby. Das war ne Granate. Ihr habt es ja am Anfang gesehen. Vielleicht bin ich normal. Vielleicht kann ich nicht. Ich bin so knapp dran. Ey, ich hab nen Hackantrieb bei mir, bei dem... Ich hab wahrscheinlich... Ich hab nen Hackantrieb. Was? Also nen Hackantrieb, weißt du? Hacken, Hack... Oh. Ich hab nen Hackantrieb, bei dem der innere Reifen kaputt ist. Also, der linke. Was ist leicht behindert. Und trotzdem schafft ihr es nicht, mich zu verfolgen. Okay, das... Wie ihr da alle in einer Kurve kämmt, Alter. Echt jetzt? Echt jetzt? Ja, alle drei in einer Kurve. What the fuck? Schade. Ich dachte, es trifft wieder ein. Aber knapp vor mir. Wer ist da eigentlich hinter mir, wenn ich mal fragen darf? Oh, da ist ein Frack. Also, wer ist hinter mir? Nein, nicht schießen! Scheiße, war der falsche. Alter, wer... Wer ist das mit den Stickys? Ich! Wie viele hast du davon? Ja, ich habe ständig welche. Also, meistens habe ich so zwölf. Hier ist es still bei Schluss. Ach, du bist außen gefahren. Fick dich. Ja. Hast du gesehen, oder? Ja, klar. Nein, warum habe ich keine Stickys mehr? What the fuck? Wer ist das? Das bin immer noch ich! Hör auf damit! Nein! Toll, jetzt habe ich mich festgefahren wegen dir. Jetzt bin ich im Arsch. Ich habe keinen Haftraum mehr, dabei habe ich noch 10. Wer ist da? Stick dich. Stick dich. Stick dich. Wie viele röten wir überhaupt noch? Achte da gar nicht drauf. Nein, schliegende Schafe. Ja, geht doch. Nein! Danke! Yo, hau mir direkt mal Reifen weg! Sonst geht's dir noch gut, oder? Ich sage mich, ich habe einen Haftbomben auf, Alter. Geht doch, Junge, jetzt kann ich nicht mal ran, Mann, weil dieser... ...Sparten mich abgeschossen wird. Danke, Schaaf. Ja! Ja, gut. Das ist Zusammenarbeit, Teamarbeit. Alter, ich habe beide... Was will ich denn? Ich habe beide Reifen... ...au... ...in... ...kaputt. Oh, Schaaf. Was wollen ich jetzt eigentlich nicht hin? Du hast nicht mit... Du hast dir selbst in die Luft gespült und mich nicht. Hä? Hahaha! Ja, toll, das bin ich schon mal an. Ist das geil! Ja. Schaaf. Hm? Jagd den in die Luft. Wen? Wen wohl? Crazy? Ja. Ey, das ist nicht dein Ernst, Junge. Ich habe in die Luft gejagt. Okay, gemacht. Habe ich nicht? Ich hatte dich nicht. So, Schaaf lassen wir uns jetzt in Ruhe. Ich habe keine Ahnung, wer ihr seid. Das ist das Problem. Ich sehe auf der Map nicht, als wer es ist. Junge, da bleib ich hängen, da bleib ich hängen. Ich habe schon wieder hier den Luft gesprengt. Danke, Schaaf. Ey, Junge. Okay, wir lassen uns in Ruhe, Pause. Aber ich versuche, wo es muss in Ruhe aus. Ich sehe dich halt nicht, ob du es bist oder nicht. Das ist Teamarbeit, Jungs. Ich bin direkt hinter dir her. Alter, was war das denn? Kurvenbaden mit dem Container und so bescheuert, ey. Ja, übel, gell. Das ist einfach nicht mehr lustig, wenn man Teamarbeit spielt. Ey, das war jetzt ich. Ich arbeite nicht mehr scharf zusammen. Ding ist insgesamt mies, also. 313 Haftbomben, Alter. What the fuck? Ich bin Vierter von Vierter, hä? What? Ich bin Dritter von Dritter. Ich habe aufgeholt. Dritter von Dritter. Oh. What? Warum sprengst du mich weg? Ich dachte, die spielen zusammen. Ja, der... Crazy hat gesagt, keine Teamarbeit. Ja, der Crazy hat gesagt. Wenn der Crazy sagt, springt vom... Ich hatte Crazy. Das ist unfair. Ich habe auch keine Waffe ausgewählt gehabt. Da bist du ja gar nicht auf den Stickelfinger gezeigt. Hast du ein Hybrid-Auto genommen? Der Fick, der scheiß PC. Mein PC spackt gerade um. Ne, oder? Das hast du nicht überlebt, oder? Doch. Ah, Annäherungsminken habe ich keine. Schade. Sonst hätte ich noch ein paar Fossil gelegt. Warum hast du... Warum hast du eigentlich diese Gammelkiste genommen? Ich dachte, die wäre geil. Oh, soll die geil sein? Oh, gewinnt da jemand? Da hat schon jemand gewonnen, oder wie? Ja. Und das schafft ihr nie im Leben. Warum seid ihr irgend so schlecht? So, lass mal noch eine Runde fahren, oder? Also, noch mal eins, Mensch. Noch einmal. Ich muss jetzt öffnen. Wenn ihr Bock habt, keine Ahnung. Wir können ja so randomes einladen. Aber, ich würde sagen, es war mega geil. Danke, Konzertin, dass du so ein geiles Dingstens gebaut hast. Wie gesagt, ihr könnt es spielen. Ich habe es euch aufgeschrieben. Wenn es euch gefallen hat, lasst ruhig eine positive Bewertung. Da bist du zum nächsten Mal. Und diesmal lasse ich auch die anderen Tschüss sagen. Tschüss. Tschüss.